erst mal zähneputzen Da war doch gerade was Ich bin mir sicher, ich habe was gehört Egal, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet Was zur... Hä? Was? Oh, mein Gott Das ist genau das, worauf ich mein Leben lang gewartet habe Ich bin sowas schon ready Lass uns anfangen Oh yeah Oh no Ich bin noch nicht besiegt Ich bin noch lange nicht besiegt Denn ich bin viel zu cool Willkommen zu Rocket Arena Erstmal vielen, vielen Dank an EA für die Kooperation und das Sponsoring zu Rocket Arena Das Spiel ist ein hochexplosiver 3 vs. 3 Multiplayer Shooter Wo die Raketen die Welt regieren Hier habt ihr in dem Spiel keine normale Lebensanzeige, sondern eine, die sich nach jedem Treffer mehr und mehr auflädt Und sobald sie voll ist und man dann den Gegner trifft, wird er mega weggegetet Es gibt super viele verschiedene und auch wunderschöne Maps mit einzigartigen Spielmodis Rocket Arena ist ein Cross-Plattform-Spiel, was sie auf so gut wie jeder Konsole wie zum Beispiel PC, Xbox oder Playstation spielen können Es gibt auch einen Haufen voller geiler Heldens mit vielen verschiedenen Fähigkeiten und besonderen Kampfstilen Ihr könnt zum Beispiel mit manchen Helden fliegen, freitspringen, euch mit einem Greifhaken an Sachen ranziehen, auf ein Board gleiten oder sich in Wasser verwandeln Ich muss sagen, das Spiel macht mega Spaß und hat mich komplett überzeugt, ganz ehrlich Also, wenn ihr Lust auf das Spiel habt, dann klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung Es lohnt sich, glaubt mir Ach ja, und natürlich habe ich das Spiel nicht alleine gespielt, sondern mit Fufu und Danny Hi Ja, und ich würde sagen, Leute, lasst uns anfangen mit dem Gameplay Egalo, hier könnte es geil sein Das könnte es richtig cool sein Ja, ich sehe so toll aus, Fufu Haben die schon Skins? Ich glaube, ja, was zum Teufel? So, okay, wir müssen fünf Raketen einnehmen Sollten wir das schaffen, oder? Hallo? Alter, hier geht es ja voll ab Ist ja mein Item Ich habe eine Nase gerade gebrochen Oh, voll zerfacht Oh nein, ich bin auch nicht tot Oh, zu Angst Einer ist ganz hinten in der Luft, der Spawnschlauch Sieht ihr den ganz hinten? Oh mein Gott, ich habe recht Links, 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 hinten ist eine One Also, dieser Typ in der Mitte, der so dick ist, der sieht aus, als hätte er viel Leben Es sieht aus, ob er eine große Hitbox Ja, einer ist tos Ich bin... Also, den geht so viel ab, ne? Wir müssen diese mega Raketen bekommen Wird erobert von Blau gerade Wie Blau? Wo nimmst du es ein? Ja, aber da sind wir noch Jetzt nimm dies gerade ein Ich helfe dir Ich habe ihn, ich habe ihn gleich Okay, ich habe ihn gleich Oh shit Oh mein Gott Nein, ich bin tot Oh nein Oh mein Gott, diese Fähigkeit Aber das kriegen wir, das schaffen wir Noch einer, einer oben ist low One shot Oh shit, ich attackiere, ich attackiere Okay, ich attackiere, ich attackiere Nice, oh Ich habe ihn getötet Ich bin aber fast tot Ja, die haben schon zwei Raketen eingesammelt Ich habe mich auch einer Oh mein Gott, Alter, der Typ Oh Gott Johannes One wieder, der Dicke Ja, ja, der ist der... Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe Ich sehe, ich sehe Ich habe ihn gleich, habe ich gleich Oh okay, sehr gut Wo ist die nächste Rakete, wo ist die Rakete? Oh, der ist tot Die ist genau da, ist daneben Die ist genau daneben Ah, tot? Oh Gott, ich sehe sie, ich sehe sie Oh Gott, Alter, ich werde da so arm beschossen, ne? Alter, was für eine Waffe hat der Crazy Okay, ähm, warte Okay, ich helfe dir, ich helfe dir Ah, ah A-ah Okay ich hab ihn, ich hab ihn Yes Ähm, wir haben sie sechs Ganz gleich Ganz gleich Ganz gleich Kommer stand Du, komm, ich steh Ich wate und ich homemade Ich wollte meine ich ziehen Ich bin nämlich ausgeschossen, glaube ich Haben wir es bekommen? Kriegsgrad, ich komme nicht schnell genug hin Wo ist clapping? Walden, du wäre unten hinten bei uns本ens Ich nehme die Eine und die eines Ich denke, sie wollen mich töten Sie wollte mich alle töten Sie wollen mich alle töten Nooo was sie haben ja ein großes so lange abgelenkt ich bin die ganze vom tod gewesen einfach hier bleiben aber das sagst du so wenn der dicke einhaut ja okay also der dicke ist aber leicht zu treffen eigentlich ich habe wieder ein wird eine passbote der letzte von den fällen haben dann ist ich bin alleine gegen zwei auszuweichen und es ist das zu lassen ich bin tot ich bin tot ich bin noch drin ich bin noch drin die kommen nach ich komme ich komme auf den weg ich komme nicht rein ich komme dran ich bin auf den weg ich habe noch angeholt wir haben das gegenseit geholt doch alles gut ich habe den weg ich bin auch gegenseitig wieder ich versuche zu halten ich versuche zu halten wir spawnen viel weiter weg als die das ist voll unfair oh my god wir hatten nur glück durch den spawn weil die ganze zeit daneben gespawnt sind haben wir im gang gefunden maxi du warst im hintergrund auf der map echt ja wow wo denn ach das wow so machst du dir keine freundin so machst du dir nur feinde hat dich jemand getötet einer tot ok ok da hat jemand den ball sie kommt gerade auf den schuh ich bin tot no hat die den ball nein also was ich bin durch den ball durchgeflogen wie kann das sein nein ich bin extra reingesprungen haben sie ihn schon geworfen oha wo kommt der denn her alter die wirft einfach unspawnt ja ich glaube sie hat die map öfter gespielt ich glaube sie ist halt einfach ein portfail ich glaube auch hast du das hast du den ich weiß auch nicht wo der ball ist ich weiß auch nicht wo der ball ist ich weiß auch nicht wo der ball ist wo hast du ihn ja sehr schön du hast gepunktet ne ja ich habe ihn einfach geheatet und geheatet ist richtig dumm ja du musst einfach nur raufziehen das ist richtig schlecht okay das muss ich so sadly sagen Phil ich werde von was oh Gott ja ich liess ich liess da ich bin vielleicht tot ich habe ihn gebrochen ok nein 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 ich bin tot ich bin 1 HP ich bin auch ok der ist gut wo ist der ball der ball ist drüber er ist drüber er ist drüber oh mein Gott er hat dich getroffen ok ich hab den ball ich hab mal oh mein Gott ich hab ihn komm nein wie knapp war das denn bitte also man braucht schon gutes Elke ich glaube ich getroffen oder ja sehr gut ja du bist getroffen easy ich schieße mich direkt hin gib mir Deckung boah ich flieg zu weit mach den Ball ok sehr gut werfe fahrt ab und er fliegt drüber ich bleib extra vom Tor stehen um ihn abzufangen ok ich hab sie ich hab sie ich hab sie ich hab ihn ich hab ihn denn ich werfe ihn zu dir nach vorne denn ich werfe ihn zu dir ja ich da ist er ok sehen ich hab ein Problem ich bin vielleicht tot ich bin vielleicht tot ich bin tot ist nicht drin ist nicht drin ist draußen ist draußen und easy Tor das sind den Ball ja ich hab ihn und easy sehr gut sehr gut hobi alter ja ich hab's raus du musst das einmal rauslassen dann weißt du es auch ok ich versuch's auch mal rein zu werfen oh nein ja ok flieg drüber flieg drüber flieg drüber yes getroffen easy komplett gewonnen oder ja ja geht immer nur bis 5 ich muss sagen die Map müssen sie echt größer machen ja schalte gegen ihn aus um Punkte zu erhalten das Team mit den meisten Punkten gewinnt wait das ist was für mich glaube ich ja das ist genau das was du immer machst ja das ist das worauf ich mich spezialisiere so Leute geht in meinen Rucksack rein ready set go alter was geht ab das ist crazy ja ich liebe den den champion ja aber ein die müde ist fast tot i got you ha dann koste mich nicht was geht hier ab krats 100er principal ich kann schuss komm schon töte sie töte sie töte sie doch wieder tot es fühlt sich immer zu gut an jemand zu kolen hier ne stopp 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 meiner alter schön wir schaffen das Leute die haben nicht nur einmal uns gekillt bis jetzt ne wollen wir eine challenge machen einfach nicht töten lassen wir dürfen nicht sterben wer zuerst sterbt verliert er gibt ok er gibt sinn ok hier sind viele hier sind viele ich will sterben ich will sterben 60 0 was zum teifel komm her komm weg wir müssen zu null schaffen ja hundertprozentig 18 0 18 0 komm schon wir müssen zusammen bleiben zusammen bleiben alle zusammen bleiben wir dürfen jetzt nicht mehr sterben komm rein da rein da rein da weh ich attacke sie ich attacke sie ich attacke sie ich attacke sie komm alle zusammen auf die wenn wir alle zusammen auf die auf die wir haben sie gleich töte sie töte sie ok 20 0 easy wow das perfekte game einfach das perfekte game oh die tun mir so leid ne 20 0 gg so wir müssen den bei nehmen der in der mitte wahrscheinlich ist ja in der mitte ich geh hin und den ah oha oha das ist ja voll spät den von hier rein zu den kann man ja gar nicht rein wer für richtig und den muss man haa jeet alter die haben mich abgeschossen die haben mich in der luft abgeschossen jaa tor easy oh ich bin runter gefallen egal wo ist denn der ist die haben wir rechts von mir ich sehe nicht schneller ab ah der fall fliegt komm fliegt drüber fliegt drüber nein der brett auf und der fährt runter komm fu 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 werf ihn ah ich kann werf zu mir hin wo bist du ich bin rechts von dir in der mitte naja den krieg ich glaube ich nicht oh nein gegen daten abgefangen hast du ihn ne 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 die eine hat ihn ich habe ihn weg geworfen lieber was ist weg weil ich nicht voll war ah ich zieh durch ja die hat in den luft abgefangen nein nein der ist ein perfekter gelandet der ball ja komm nicht dran alter ich habe ihn weg geworfen ich bin tot also da vorne nein er hat ihn runter geworfen genau als ich ihn getötet habe ich laufe mit dem ball ich laufe mit dem ball ich laufe mit dem ball hast du ihn jup nice oh das ist ich muss ihn wegschießen vom tording weißt du ok ich habe ihn direkt abgefangen aber ok nein den ball hab ich ihn abgeschossen aber der ball fällt runter ah nein der ball aua 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 das macht halt so insane die schaden ne fang ihn ab fang ihn ab er geht daneben ich habe ihn nach vorne einfach ich habe ihn nach vorne geworfen ich gehe hin oh my god oh my god yes oh yes sir 3-1 alter wir schaffen das mit du natürlich mit Captain Barbossa im team können wir alle schaffen ich habe ihn nach vorne geworfen weil ich fast tot bin nein 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 hast du ihn ja ich schieb ihn weg von dir komm werf ihn da rein komm werf ihn da rein nein er hat mich weggeschossen weggestoßen nein nein ich habe ihn gleich nein du hast ihn ne du hast ihn ja ich habe ihn nur gefützt nach vorne geworfen naa er wird ihn nach vorne er wird ihn nach vorne jenis 1hp er wird ihn er wird ihn ist aber tot na hab ihn hab ihn hab ihn im Deckung ok easy yes haben wir gewonnen oh yes win so ok Leute das war es mit dem Video wenn ihr das Spiel selber spielen wollt dann klickt einfach auf den ersten oder zweiten Link in der Videobeschreibung mir hat das ganze mega Spaß gemacht und danke nochmal an EA für die Kooperation und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen müsst ihr nicht wäre aber mega nett und Danny und Fubu findet ihr auch in der Videobeschreibung die sind ein bisschen weiter unten könnt ihr auch gerne mal abchecken und äh ja rechtskopf jetzt zu meinem letzten Video und links könnt ihr mich abonnieren falls ihr noch nicht wusstet und ich würde sagen das war es mit dem Video und bis zum nächsten Mal habt euch lieb Ciao